Hallo Leute und willkommen zurück zu den Let's Play No Hunter Night Es gibt sogar jetzt ein bisschen mehr Action Ja, ist es etwas, was du brauchst? So, und wir haben jetzt mal die ganzen Geschichten von den Henchmen aus Gefolgsleuten beendet Deswegen gibt es jetzt was anderes Und wieder ein bisschen mehr Action Auch wenn ich mich gerade frage, wo mein Red Tiger ist Ah, Spung und da ist er Ähm, so, so Da sind die ganzen Heiltränke Da sind die ganzen Heiltränke So Da braucht ihr noch was So, ähm Und rein geht's Und so gehen wir jetzt die letzten Sachen für die Cure, also für das Heilmittel, der Wailing Death Weil Wie ihr seht, haben wir keine Aufgaben mehr Wir haben alle erledigt, die ich hier gefunden habe Alle Selbst Das mit dem Tanglebrook anwesend Obwohl, ja Ähm Hätte schon vorher erledigt sein sollen Nr So, ähm Was hab ich hier? Ups BVP Gut, gut, gut Jetzt gehen wir noch Oder Hab ich noch irgendwas Was Von bestimmter Bedeutung Lock of Rear Lock of Rear Das sind die Fertig Erlüftig Lock Ach so, das kann ich weggeben Die kann ich auch weggeben Die hab ich nur für die Christen Braucht Und das hab ich Nur so wie die Schlüssel Ähm Wo tue ich die Schlüssel hin Wo tue ich die Schlüssel hin So, ähm Ja Gibt hier irgendwo ne Truhe oder so was ähnliches Irgendwie Vielleicht ne Tisch oder so Weil dann werde ich nämlich die ganzen Schlüssel und Sachen die ich nicht brauch Auch Also die Schlüssel und Was ist nicht was noch Ich bin nämlich eine der Thun 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 Ja Ähm Da geht's runter Barrel Hier gibt's irgendwo Eine Kiste, die ich immer gerne benutze Zwei die da oben Ich weiß nicht wieso Ich benutze ihn immer recht gerne Und da hab ich auch Geld Gold gelagert gehabt Und da tun wir jetzt Auch das ganze hin Ich meine, ich nehme hier jetzt auch noch eine Box Pullit kann ich auch weg tun So Ancient Key Ich weiß nicht ob ich dann Jemals hier jetzt zurückkomme So, okay Verheirat Differenz Gn Werden Schlüssel Ähm Noch etwas, das ich nicht brauche Ja Und zwar Diese ganzen Sachen Ähm Dich brauche ich aber noch Du musst die Quest Items Rod of Frost Dich brauche ich für jeden Fall Morningstar brauche ich nicht nicht das ganze wenn ich nicht ganz weiß für was ich die brauche ich verkaufe ich ich verkaufe ich ich kann ich auch verkaufen genauso wie dich ich mal der Rest also schließen und so ein bisschen schon genau sind die ganzen trotz sie die kann ich dann in die Box tun ich brauche die nicht wirklich ich und zu suchen darüber weil die will keiner kaufen die werde ich auch nicht gebrauchen dort kann ich auch wegtun sonst noch was Instructions von Cali brauche ich auch nicht Note brauche ich auch nicht auch Ding brauche ich auch nicht Match Crack und dann und dann werde ich mit der Dings reden ich habe ich habe diese Chest schon benutzt gehabt ähm anscheinend nicht okay gut zu wissen wow ich dachte eigentlich hätte ich alles durchsucht aber anscheinend nicht nicht sehr schön oder auch nicht halt antidote ähm dass ich mich verbunden ist wo ich mein Viech hin was ist vorhin verschwinden komisch aus dem komisch aus dem ähm da gehen wir auch noch mal rein mal schauen vielleicht finde ich jetzt noch ein bisschen was nützliches was was ich mir hier dann kaufen kann wenn ich da schon mitglied bin äh willkommen was so das ganze wird verkauft plot item ehrlich ich auch die sachen aber nicht und zum ersten listen search spot konzentration steckern konzentration 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 wahrscheinlich auch nur konzentration hier unten jo das heißt das Ding ist sogar besser und 12.000 kostet es mich ja nee nein danke lederarmor spiel ins schien um ich glaube ich kann überhaupt nichts davon tragen auch auch so sie verkaufen könnte die behalte ich es ist 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 auch schon ich habe ich schaue ich ich nicht jetzt es ist er kommt die ergriff mit ich genug ein buch geht das man hier was ich das ist das man kann schützen atmosfelsorten zum kreativen fachmitteln musik in der tatsache zu tun wird uns in der spiel flicks wie die sich okay der bleibt ist hier auf jeden Fall verdammt viel Schaden Invisibility, nope Verb, Endurance, Negrafinity grade, Resurrection, Greater Restoration 1520, ja Nehme ich noch mindestens einmal mit und sonst was habe ich hier Virtual Armor, nope Reaptive of Wisdom Einen von denen kann ich auch verkaufen Protection Was haben wir hier? Spell Resistance Ach Gott Wisdom Nope Es passt schon mit Com Buyback of Holding Was kann ich das? Homemade Content 242 Mach mal So und ansonsten, ja Was das? Sehr schön Öffne mal Perfekt Die Frage ist, kann ich die dann immer noch benutzen? Ich hoffe schon Wenn ich die dann nicht mehr benutzen könnte Das ist ja ziemlich blöd So Äh, jetzt gehen wir mal zu Lady Arab Ariebeth Geben ihr jetzt in der Sache Und ich versuche dann irgendwas zu finden, was mein Hals nicht mehr so Hm Sticht Ariebeth Das ist echt unfassbar Ich weiß nicht ob das ist, weil ich Durst habe oder keine Ahnung warum, auf jeden Fall das nervig ist Du bist ein willkommen Wir sind alle sicherlich für ihre Rehabilitation Ich habe das letzte Rehabilitation Sobald wir haben die Borde Wir haben wirklich das Herz eines Herzens in deinem Kopf Sticht Von allen, die die Kreaturen besucht haben Die Kreaturen besucht haben Du hast dich über alle anderen Beweisen Es ist schadehaft, wie so eine Gently Ich habe so eine Würdige Kreatur Misshandelt Die Plage tut uns genug harm Ohne dass wir dazu tun Ähm Es ist Ja schandhaftig Wie so eine Gentle Wie so eine Würdige Kreatur Misshandelt wurde Die Plage tut uns schon genug harm Ohne dass wir dazu tun Ähm The cube will not be ours vielen dank du hast einen platz der erde verdient da du von den von all den die winter helfen wollten diesen dunklen zeiten du willst du wirst mit uns du wirst mit uns bei uns stehen so was bei uns stehen wenn wir das ritual vorführen um das gegen bitte zu machen are you ready to go to the ritual chamber we must leave as soon as possible then we shall waste no more time okay so ritual chamber hell you have provided a great service to all of neverwinter in these trying times as a token of lord nash's gratitude he thought you might want to bear witness to the cures creation after all your hard work before the ritual proceeds however the four assembled would each like the chance to speak with you and offer their personal thanks for what you have achieved so on speak with them i must inform the town crier of the good news um q at last so so habe ich dir noch irgendwo was hey wenn ich schon die chance habe irgendwas zu durchsuchen diving pool was ist mensch von holz zum hund wunders nix ein ein moment ich mich schon sagt mich noch ein bisschen umschauen zurück ok du bist nur zum teleportieren das heißt ich kann da jetzt reingehen oder schon klar und sie will die gehen es uns die ganze Zeit verschwinden Adibert So, in einigen Momenten können wir vielleicht sogar das Gegenmittel haben, oder? I must say, I knew you would be instrumental in this cause. You've always presented the confident look of a person, call to action. Uhm, it's actually like this is a nice decision. Either we can wait or... Such impatience does not suit you. You will see the fruits of your labors when the ritual is complete. For now you can leave what must be done to us. You've earned the right to bear witness however, and I'm sure the others would say the same. Yes, farewell for now. You should speak with the others. No doubt they will... So, I should talk with the others. Uhm, priest of tea, lord Meshe eleganda. Well, you must be the one Erebeth has told me of. I must say that I appreciate what you have done. Neverwinter is going through a difficult time. It is good to know that we can count on people of quality to assist us. Things will not be normal until we have captured and punished the culprits behind the plague. I have never seen my Neverwinter injured soul. Die Sachen werden nicht normal sein, bis wir den Schuldigen gefangen und bestraft haben, der, welcher hinter der Plage steckt. Ich habe Neverwinter nie so verletzt gesehen. Ich habe zugegeben, dass du Wengol Blatze kanntest. Wengol? Ja, also ich hatte reporte von seinen Aktivitäten in den Docks. Wir hatten wir während meiner wunderschönen Jugend, aber... Dinge haben verändert. Ich hätte ihn ausprobiert, aber nicht, was ich bin. Weck. Um ihn zu beurteilen würde, würde die Kriege hatten, die wir vorher hatten. Ich habe neue Villainer zu tun. Ich habe neue Gegner, aber nicht diejenigen, welche er gewohnt ist. Nein, sie sind nicht. Diese Schwierigkeiten schütteln hinter den Szenen, als wir schriveln und sterben zu einer Plage, wie eine verrückte alte Zeit... Nein, das sind sie nicht. Diese Feiglinge verstecken sich hinter der Szene, während wir uns beugen und... ...um so eine Plage sterben, wie krüppelige alte Leute. Also, Wengol versucht vielleicht die alten Zeiten zurückzubringen, aber ich habe auch mit den Sponsibilitäten und... ich werde ihn nicht damit hinziehen oder in Deutsch, keine Ahnung. Ich glaube schon. So, mit den beiden sollen wir auch noch sprechen. Hallo da! Ein großartiger Tag, nicht wahr? Und du? Du? Du bist zu bedanken. Es war dein Effort, der uns so weit überprüft hat. Es war deine Leistung, welche uns erlaubt hat, so weit zu kommen. Du hast die Worte Davin-Kreaturen gefunden. Also, Dershtan ins Helmite-Breven zum Constraint und Helping des Böres of the People. Welches erlaubt hat, Dershtan und seinen Helmiten-Brüdern, also Helmite-Brüdern, sich zu konstruieren und den Geistern der Leute zu helfen. Now he can construct the cure and all will be well. Jetzt kann er das Gegenmittel konstruieren und alles wird gut werden. Ja, Dershtan wird nicht alleine das Heilmittel erstellen, andere sind auch involviert. Ich, äh, ja, ich kenne das, aber er hat so viel, so viel mehr getan. I don't expect you to understand the weight of his involvement. Ich erwarte nicht wirklich, dass du das Gewicht von seinem Involvement verstehst, die Schwierigkeiten, welche er genommen hat. Ja, Missverständnisse haben mich schon die ganze Zeit geplant. Ja, ich musste sogar, also... Suffice to say that it has been hard getting him. Ja, es genug, glaube ich, zu sagen, dass es schwer war, die Ressourcen zu bekommen, die er brauchte. Wirklich wendig, jetzt ist nicht die Zeit, um darüber zu sprechen. Andere werden es nicht verstehen, so wie du. Natürlich, natürlich, es ist besser, dass wir vorausschauen. In ein paar Minuten werden wir das Heilmittel haben. Scheiße, ich hab's lange gebraucht. Und dann... Du hast mir... Du hast mir... Du hast mir etwas, was du hast, was du tun hast, was du tun hast. Dann machen wir ein Goodbye. Das ist der Baskin wegschweig. Also, hallo! Ich denke, du bist gut mit dir selbst. Das ist deinem, was du tun hast, nach allem. Also, hallo, Orkikos von der Raupe. Ich nehme an, du bist mit dir selbst zufrieden. Das ist... Schließlich ist das ganze... Äh, all das hier deins. Just to help you. I'm a hero, it is what you do. We all solve the problem. Ja, ich bin ein Held, das ist das, was wir tun. Ich bin mir sicher. You made my helmet breath and look quite ineffective. Ja, du hast meine helmet, Brüder, ziemlich ineffektiv nebendran stehen lassen. What we were trying to do was called into questions. Die Wichtigkeit von dem, was wir getan haben, wurde in der Frage gestellt. Und ich merke natürlich schon wieder über der Zeit. Nein, nein, nein. Ich merke das immer zu spät. Deswegen sag ich, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentare sind immer noch erwünscht. Also, ich hab nichts dagegen. Und Facebook und so weiter findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist schon mal. 可愛es Dean. Verw bonege, mitmensch